Moin Moin Leute, hier ist Janens Lee und ja, es ist 4 Uhr 53 am 18. März und ja, jetzt wurde anscheinend das Event drauf gespielt. Das ist gut zu wissen. Auf jeden Fall sehen wir hier Higher Chances of Getting a Straw Hat Pirate. Das heißt, wir haben eine höhere Chance für Strohhut Piraten. Also, machen wir drei Stück. Ich habe 15 Regenbogen Gems, also machen wir drei Stück von den Rare Recruit und gucken mal, was wir davon bekommen. Ich hoffe ja, persönlich auf halt einen Strohhut Pirat. Das wäre eigentlich das Beste. Und ja, mal gucken. Der erste geht los und was bekommen wir? Okay, ein silbernes Blatt. Ich hätte jetzt besser ein goldenes, aber... Nimm es Wednesday. Okay, haben wir schon, aber damit können wir ihren Skill verbessern. So, das zweite Mal. Gucken, was wir jetzt bekommen. Ähm... Oh, Gold. Sehr gut. Oho, sehr gut. Ah, haha, okay. Okay. Nefertari Vivi. Genau Vivi war das, die auf den Enden geritten ist. Genau, stimmt. Ja, aber sehr gut. Äh, eine goldene Karte. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, nochmal pullen und gucken, was wir nochmal bekommen. Hoffentlich noch was gut ist. Oh, noch eine goldene. Sehr gut. Was haben wir? Oh, ho, ho, ho. Monkey D. Luffy mit dem Gumgum-Ballon. Die Gumgum-Ballon-Form. Sehr gut. Da haben wir unseren Strohhut Piraten. Also, hat aber 15 Kosten. Also, das wird erstmal eine Weile dauern, bis wir den in unser Team reinbekommen. Was sehe ich da? Super Success ist mal zwei. Ja, also, wenn man jetzt was hochlevelt, ist das ein... Ja, äh, es ist eine Super Success Chance höher. Also, doppelte Chance. Und ein Super Success macht halt die Erfahrungen, die sonst erhalten werden, um eins, eineinhalb Mal höher. Das heißt, wir werden jetzt erstmal unseren... Oh, ups, da wollte ich noch gar nicht hin. Okay, das war jetzt aus Versehen. Ähm, gehen wir mal eben auf den Power-Up und gucken mal eben, was wir hochpowern wollen. Ich wollte jetzt erstmal meinen Fighter-Ruffy, also meinen Heavy-Point-Chopper, hochmachen. Und mal gucken... Was... 60.000, welches Level ist er dann? Mit 60.000... Er hat ein Max-Level von 50. Also, nehmen wir erstmal vier von den Schildkrönen und eine behalten wir noch. Und hoffen auf eine große... Ja, auf eine Superfusion. Ah, kein Super-Success, aber trotzdem gut. So, gucken wir mal, wie weit der denn wirklich kommt. Ich skippe jetzt aber eben... Bis zu Level 28, sehr gut. Sehr, sehr gut ist der Level 26 oder 28. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Und ja, natürlich, mit dem Update kam natürlich auch Kuros in Complete Plan. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie das hier aussieht. Und wir nehmen mit... Nee, wir nehmen mit... Wir nehmen mit... ...Koshis Crew, einfach weil er gerade den Bösewicht für diese Ebene selbst... ...als Leader hat. So, ja, ihr seht schon, es ist 4.56 Uhr. Und ja, genau so sieht es auch aus. Äh, ich hab grad eben nochmal schnell auf One Piece geguckt, ob sich das jetzt langsam abgedatet hat. Und da war das auch schon. Deshalb... ...habe ich mir gedacht, kann ich das auch so gut wie möglich jetzt einfach eben schnell aufnehmen. Und dann habe ich das für die Donnerstagsepisode. Weil die heutige Episode habe ich schon hochgeladen. Und deshalb... ...ja... ...war das eigentlich sehr cool, dass das noch so schnell eben noch hochgeladen hat. Und das heißt, ich kann eben noch das Video aufnehmen. Hm, okay. Also, sehr gut. Wir haben also jetzt eine Vivi. Das ist die, ähm... ...die hier auf den Enden reitet. Wo ich erst dachte, dass Miss Wednesday das ist. Aber ist es nicht. Obwohl sie sehr ähnlich aussehen. Und das kann mir, glaube ich, keiner bestreiten, dass sie nicht ähnlich aussehen. So, wir haben einmal einen Rasterhut da hinten. Also einen Rasterlockenkopf. Und da vorne haben wir einen Mann mit dem Bogen... ...ne Armbust. Nicht nur... ...nicht dem Bogen, sondern eine Armbust. Äh, den mit der Armbust, den haben wir schon früher gesehen. Der ist schon in vielen früheren Missionen gekommen. Und den Rastermann, den hatten wir gerade erst als Boss in der... ...in der letzten Zone. Also die, die wir gerade erst freigeschaltet haben. Also... ...relativ neu, der ist ganz... ...also der. Aber wir sind bei Battle 4 von 5. Irgendwas Interessantes hier? Nö. Auch wirklich nur... ...die, die wir auch gerade in unserer Mission hatten. Okay. Okay, das war jetzt ein bisschen guter, aber überhaupt okay. Ja, also... ...bis jetzt haben wir auch nur... ...welche eingefangen, die wirklich diese Dämonenhörner hatten. Nichts jetzt unbedingt Großes. So, jetzt... ...der Boss ist natürlich der, den wir jetzt auch in unserer Gruppe haben. Ja, genau. Und sagen wir mal so, ich hoffe, dass wir den irgendwann mal bekommen. Ich weiß, dass die Drop-Chance dafür relativ gering ist. Aber im Event ist die auf jeden Fall höher als in der Story. So viel weiß ich denn doch. Ja. Und er geht auch relativ einfach, den in der Zeit kaputt zu machen. Weil ich nicht denke, dass der eine Attacke mal hat, die 3000 Damage macht. Also ist das relativ simpel. Wir sind ja auch noch bei der Rookie-Version, also bei der niedrigsten Stufe. Aber trotzdem... Mal gucken, wie viel Erfahrung es dafür gibt. 480. Das ist okay. Ja. Und auch hier wieder nichts Interessantes. Wie die, wie die, wie. Und hier nichts Interessantes. Ja. Haben wir gerade die... Ne, wir haben die Rookie gemacht. Ich wollte gerade schon sagen, warum war er jetzt auf Veteran? Veteran. Mh... Wir machen doch eine normale Vision, damit wir auch in der Story weiterkommen. Das ist nämlich immer wichtig, nicht zu vergessen. Die Story ist nämlich das, wo wir viele Farmspots aufmachen können. Für zum Beispiel Delfine oder halt was anderes. Äh, nee, ich möchte jemanden schon, jemanden haben, der einen Namen hat. Wir nehmen mit... Ähm... Mh... Mh... Äh... Nehmen wir mit Chillerkiller. Nehmen wir den einfach mal mit. Und gucken. Ja, obwohl wir hier eigentlich nicht wirklich die große Unterstützung brauchen, aber... Es ist immer gut, den da jemanden mit beibeizuhaben. Und wie viele Schritte haben wir hier? Auch wieder fünf Schritte. Also das ist relativ... Relativ simpel würde es hier wieder sein. Naja, die Story war bis jetzt noch nicht wirklich schwer. Das wird halt wirklich zum Ende hin schwieriger. Oh, ich sehe, wir haben eine Kiste bekommen. Hoffentlich ist es eine Cola. Zum Upgraden. Hier hinten ist wieder ein Seepferdchen. Also für alle, die das Seepferdchen fahren. Hier ist auch wieder eine Stelle, wo ihr das bekommen könnt. Aber im Allgemeinen sage ich immer, guckt auf das One Piece Treasure Cruise Wiki. Da seht ihr wirklich... Oder den Block. Das ist eher ein Block-Spot-Ding. Aber guckt da mal wieder drauf. Da steht, wo ihr auch bestimmte Charaktere farmen könnt. Wie Buggy oder halt Alon. Und dann seht ihr, wo ihr die Fusionsmaterialien herbekommt. Also wo ihr die am besten farmen könnt. In welchen Gebieten. Ja. Also das ist eine gute Seite. Für alle, die die noch nicht kennen, könnt ihr ruhig mal eben drauf gehen. Ja. Und da habe ich auch nicht mehr wirklich mehr viel zu sagen. Weil da steht wirklich alles, was ihr wissen müsst. Zum Thema Evolutionsmaterial. Und ja. Den ganzen Kram. Und halt Charaktere. Dann seht ihr da auch, was man zum Evolutionieren bestimmter Charaktere braucht. Dann müsst ihr einfach nur den Charakter eingeben. Oder den Charakter in der Charakter-Datenbank suchen. So. Okay. Wie ist das denn? Okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier der Boss. Und der sieht aus wie, was weiß ich. Wie ein Katzenmensch. Mit grünen Haaren. Yay. Okay. Das war komisch. Cool. Mal gucken, ob das das Level abgibt. Sonst werde ich bis zur nächsten Folge auf jeden Fall. Ja, das ist eine Cola. Sehr gut. Aber ich werde bis zur nächsten Folge auf jeden Fall die erwähne ich das. Ja, einfach das nächste Level erreichen. Weil ich in der Zeit jetzt, wo ich keine Videos aufnehmen werde, werde ich jetzt auf jeden Fall die Extra-Insel farm. Und zwar möchte ich Kuro farm. Ich möchte Kuro farm in der Zeit, wo ich das jetzt noch machen kann. Und ja, halt versuchen, Kuro zu bekommen. Aber das ist auch das Ende dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal.